Gut, ähm, ja, die Kieswege, gell, ähm, irgendwann werde ich aus Kies natürlich, also jetzt nicht hier auf unserem Grundstück, aber irgendwann, wahrscheinlich ab, ab der Grenze von der Insel oder so, werde ich die Wege mit Stein weitermachen. Pratisch hier in die Mitte Stein und außen dann auch wieder die Platten. Das ist dann, ähm, eine asphaltierte Straße, dann tun wir hier alles, alles, hier, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, alles rundherum, einmal, machen wir zu mit Asphalt und dann klatschen wir dann, äh, eine Stadt drauf, ähm, lass uns Manhattan nachbauen, oder? Passt auch super in die Gegend, da hinten eine Wüste, hier eine Savanne und, ähm, alles einfach Manhattan. Das Schlimme ist, das haben halt Leute wirklich schon gemacht. Also was heißt, äh, was heißt schlimm? Ist ja, ist ja gut, so, eigentlich, aber, ach ja, das wollte ich auch noch fertig machen, warte mal kurz. Ich hoffe, ich hab noch eine Tür. Ähm, ups, falsche Kiste. Ah, nee, okay, dann, scheiß drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Machen wir das eben schnell hier. So, drei Stück, ich denke mal, dass diese Tür vom optischen Aspekt her am besten passt. Warte mal, will ich die innen oder außen haben? Eigentlich möchte ich die Tür innen haben. Ähm, so, okay, und dann? Ja, passt. So, gut. Gut, 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 die Tür packe ich auch gleich wieder zurück, nicht, dass unser Inventar wieder sofort zugemüllt ist mit irgendwelchen Sachen. Ach, weißt du was? Weiß grad, wie der Nacht draußen wird, ähm, nütze ich mal die Gelegenheit und mach ein paar Schilder. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, das wird, ähm, hoffentlich reichen. Und dann machen wir einfach mal einen auf den hier. So, jetzt haben wir mal einige Schilder. So, okay, warte, hier ist dann Stein drin. Ähm, warte mal, Bruchstein, ups, Bruchstein, so. Hier haben wir Birkenholz drin. Birkenholz. Professor Birk. Hahaha, hier haben wir Eichenholz drin. Dann haben wir hier Sand und Kies. Ich weiß, aber den Kies werde ich noch woanders hin verfrachten. Hier haben wir, warte mal, das ist der Andesit, glaube ich, Andesit. Oder? Ja, genau, Andesit, perfekt. Dann haben wir hier Diorit. Diorit. Und hier unten der Granit. So. Den Granit. Granital. Solderlitz. Ach ja, ähm. Ja, nicht denken, dass ich verrückt bin. Ich, äh, hatte gerade meine zwei Sekunden. So, jetzt haben wir hier, warte mal, das ist das, äh, Schwarzeichenzeug. Schwarz-Eichenholz. Passt gerade noch drauf. Und dann haben wir hier, ups, warte mal, das war falsch. Fichten-Holz. So, gut, jetzt haben wir noch, ähm, ah ja. Warte mal, hier machen wir, äh, nette Zeugs. Da oben haben wir noch nichts, okay. Dann haben wir hier, hm. Hm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mob-Loot. Und hier haben wir, warte mal, ups, das war falsch. Ähm, Tier-Loot. So. Und hier haben wir, ach, ja. Warte mal. Ähm. Kostbarste Schätze. Kann man das so sagen? Ja, ich, äh, mach das jetzt einfach so. Kostbar, kostbar. So, da haben wir noch nichts, da haben wir auch noch nichts und hier auch nichts. Okay, gut. Ach ja. Komm, das, ähm, machen wir hier auch gleich mal. Schlicht und einfach essen. So. Sehr schön. Ah, warte mal. Hier haben wir, da tue ich unsere Schallplatten rein. Schallplatten. So, und hier, äh, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Da muss ich mir noch was überlegen. So. Jetzt haben wir noch ein einziges Schild. Hm. Und hier würde ich sagen, ähm, unsortierte, ähm, unsortierte, ähm, unsortierte Gegenstände. So, sehr schön, gut. Ah, warte mal. Ach, ne, jetzt hab ich's. Ah, doch, ich hab sogar noch eins. Dann. Ach, cool. Hm. Ja, ich weiß auch nicht. Dann, warte mal, dann machen wir das, äh, hier. Hier. Weiße. Wolle. Ich weiß nicht, ob man weiß mit scharfem S schreibt oder doppelt S. Ich, ähm, bin, was das betrifft, ähm, ja. Und so. Und hier. Hm. Warte mal. Dann machen wir das hier einfach drüber. Ähm. Ne, komm, hier machen wir auch weiße Wolle. Oder? Ne, komm, eine Kiste reicht. Machen wir hier bunte Wolle. So, okay. Gut, die restlichen Schilder, die lasse ich jetzt mal hier in der Kiste drin, habe ich. Ah, hier habe ich noch Itemframes. Ach, sehr schön. Gut, 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 gut. Warte mal, dann machen wir hier so. Und da so. Dann, ups, nehmen wir hier. Oh, ich habe sogar noch was dabei. Sehr schön. Zack. Und hier bunte Wolle. Dann müsste ich jetzt eigentlich, was weiß ich, rot, grün, gelb, blau oder was weiß ich nicht. Ähm. Hm. Das ist jetzt nicht wirklich bunt, aber. Naja, egal. Machen wir die hellgraue. Ja. Kann man erkennen. Passt. Hellgrau, grau und, äh, schwarz. Und braun. Ach, warte mal. Ah, das habe ich gerade übersehen. Warte mal, dann machen wir das doch. Machen wir die braune Wolle da rein. Sieht zwar aus wie Erde ein bisschen, aber scheißegal. So. Gut. Obwohl, das kann ich eigentlich da behalten. Die Itemframes, die tun wir wieder da rein. Ähm. So, den Kies. Ach ja, den Kies. Ach du Scheiße. Den habe ich ganz vergessen. Warte mal kurz. Machen wir das so und das so. Dann. Was weiß ich von Kies. Da werden wir nicht so viel haben, glaube ich. Warte mal. Machen wir hier so. Und hier machen wir so. Und da schreiben wir dann drauf Kies. Kies. Ähm. Und Feuer, ups. Feuer, Feuer, Steine. Oder? Ja, so kann man das lassen. So, jetzt machen wir hier einen auf den. Bam. Da bräuchte ich wieder einen. So. Und dann machen wir hier so. Und ich habe aus irgendeinem Grund wieder einen doppelt bekommen. Keine Ahnung. Dann nehmen wir den, ups, nehmen wir den ganzen Kies. Und die Feuersteine hier raus. So. Normalerweise müsste ich hier drauf schreiben. Sand und Glas. Naja, aber das müsste ich dann überall machen. Ach, egal. Hm. Ähm. Warte mal kurz. Ups. Kies. So. Jetzt auch. Ist doch scheißegal, oder? Bei Kies ist ja auch logischerweise hier Feuerstein dabei. Und, äh, ja. So. Ach ja. Geil. Warte mal. Das könnte ich eigentlich auch gleich mal machen. Weil es ist, glaube ich, eh noch dunkel draußen. Ähm. Ah, drei Stück habe ich noch. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so viel. So. So. Und so. Da habe ich noch acht. Faktisch. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. So. Ja, gut. Fast. Warte mal. Das ist gar nicht schlecht. Dann machen wir hier. Zack. 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 Und zack. So. Perfekt. 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 Ach, schön. Sehr, sehr, sehr schön. Das da verbraten wir auch gleich. Okay, das war eine zu viel. Naja, egal. Ist jetzt hier wieder... Nein, es braucht einfach wieder fünf, oder? Na ja, ist am Untergehen. Gut, 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 gut. Ja. Ja, äh, kann man lassen, oder? Ja, kann man schon lassen. Oder? Ja. Schon. Kann ich hier noch irgendwas rausnehmen? Feuerzeug. Hm. Da haben wir das Feuerzeug. Das da. Ja. Hm, hm. Ja, keine Ahnung. Die Ziegel. Ich weiß auch nicht. Ah, eine Blumenkiste bräuchten wir eigentlich auch. Oder allgemein so Gewächszeug. Hm, na ja. Komm, das Feuerzeug, das packe ich jetzt noch schnell hier runter. Das kommt auch hier rein. So. Gut. Dann die Steine, die Dinger hier. Die tue ich auch wieder zurück. Okay. 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 Ja, wird schon langsam, aber sicher. Bist du noch aggressiv? Nein. Das ist schlimm. Aber du bist ein Agro-Bolzen. Hau ab. Hau ab. Guck, die Kleinen brennen jetzt übrigens auch voll geil. Und du? Ach, guck mal. Creeper können schwimmen. Ohne Arme. Ei, Wahnsinn. Also das ist ja auch ein Logikfehler, oder? Und die springen uns hier im Gemüse rum. Das geht ja gar nicht. Ja. Von dir rede ich. Unhöfliches Viech. Haha. So. Haha. Bist du jetzt Agro? Ähm. Ich bin hier. Gott, ist die doof. Ach ja. Diese riesen Gigaspinnen. Das ist, ähm... Der Horror für den ein oder anderen Menschen. So. Ach, warte mal. Da kann ich, ähm... Hier und so. Boah, ein Spinnenspawner. Das wäre es ja... Ein Spinnenspawner, der dann, äh... Unendlich spinnen. Hier und so. Und da können wir dann aus der Spinnenseite Wolle draus machen. Dann brauchen wir gar keine Schafzucht. Ach, das wäre ja... Haha. Das wäre ja auch ein... Ein geiles, äh... Ding. So. Naja, egal. Warte mal kurz. Die Fackel hier ist mir zu viel. So. Gut. Der Eingang vom Ding. Wo mache ich den? Ich glaube, den mache ich hier hin. Auf die Seite. Okay. Okay. Als allererstes brauche ich... Hm. Hm. Ich weiß auch nicht. Ist gar nicht so leicht. Soll ich es Stein oder... Hm. Ne, keine Ahnung. Ich, ähm... Arbeite jetzt einfach mal mit Holz. Und zwar mein Lieblingsholz. Genau. Eine Tür brauchen wir dann auch. Okay. Wir haben das. Wir brauchen aber noch einen Stack davon. Ähm... Dann brauchen wir für die Regale. Brauchen wir das da hier. Da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Und die werden wir, glaube ich, auch brauchen. Ja, kommen die nämlich mal mit. Da nehme ich noch welche mit. Warte mal. Die kann ich hernehmen für... Die... Kisten im Anschluss. Okay. 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 Jetzt haben wir eigentlich fast alles. Außer... Den Boden. Hm. Für den Boden muss ich mir noch was, äh... Überlegen. Aber ich glaube, ich habe da schon was. Als Idee. Okay. Okay. Also. Das ist immer... Ich tue mir... Ich... Weiß... Ich habe es, glaube ich, schon öfters gesagt. Und... Dieser Stack wird mir nicht reichen. Kacke! Ah! Ähm... Ich tue mir da immer ein bisschen schwer, den Anfang zu machen. Von dem Haus. Ähm... Naja. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, warte mal. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch noch mit. Und am besten pflanze ich die gleich mal. Weil ganz ehrlich... Das Holz wird so sehr... Das wird so schnell weggehen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Und den Rest, äh... Das, äh... Können wir uns nicht durch die Ohren schmieren. So, dann können die da fröhlich vor sich hin wachsen. Okay. Gut. Also. Ich würde nämlich gerne... Ich würde nämlich gerne damit die Außenecken machen. So. Und zwar... Zack, zack, zack. Dann haben wir hier praktisch Fackel, Fackel. Dann... Kommt eigentlich im Endeffekt... Warte mal. Hm. Hm. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Ich glaube, das Lagerhaus könnte mir eigentlich schon etwas dunkler gestalten, oder? So allgemein. Ja, dann... Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ups, warte mal. Das war nicht so gedacht. Dann haben wir hier... ...pratisch die Wand. Und... ...da kommt dann an die Seite Regal hin. Das heißt, wir brauchen noch eins frei. Dann so... ...und so. Dann kommt hier die Tür rein. Gut. Gut, 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 gut. Dann muss ich... Warte mal, hier als nächstes gleich so weiter. Ups, das war falsch. Okay. Okay, so, jetzt habe ich hier schon mal so einen Anfang. Gut, ich muss mir nur immer wieder ein Muster setzen, dass ich einfach mal... ...dass ich einfach mal sehe, was abgeht. Okay, gut. Für die Beleuchtung. Warte mal, dann haben wir hier... ...zack, zack, zack. Dann kommt... Hm. Ja, dann kommen wir mal hier in die Fackel hin. Da kommt dann Kiste. Kiste. Zack, zack, zack. Kiste, Kiste. Zack, zack, zack. Äh, zack, zack, zack. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Ähm, warte mal. Hier, irgendwie so. Ähm, das kommt da wieder zurück. Das brauche ich jetzt wieder. Warte mal. Zack, zack, zack. Dann nochmal hier wieder. Das wird ein sehr, sehr großes Lagerhaus. Das kann ich euch versprechen. Wobei ich gerade mal überlegen bin, vielleicht sollte ich es in der Höhe gar nicht so extrem machen, sondern eher in die Tiefe bauen. Das wäre ja... Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann hätten wir unterirdisch. Aber dann versauen wir uns nicht die Gegend mit riesigen Gebäuden. Sonst können wir hier gleich ein World Trade Center hinbauen oder sowas. Ach, schön. Ich könnte eigentlich... Oh ja, das wäre eine gute Idee. Hier Kiste, hier Kiste. Und in beide Kisten kommt dann zum Beispiel Erde rein. Hier kommt dann Stein, Stein. Sand, Sand. Kies, Kies oder so. Weil das sollte dann eigentlich auf jeden Fall für eine Weile reichen. Weil ganz ehrlich, wenn wir hier schon anfangen, ein Lagerhaus zu bauen, dann soll das auch gleich was Gescheites werden, oder? Würde ich jetzt mal so ganz frech behaupten. Da kommt dann wieder der Stamm hin. Ähm... 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 Ähm...